Leute, ich kann einfach nicht aufgeben. Ich kann nicht aufgeben. Wir müssen weiter. Wir müssen weiterspielen mit... Evolution. Ihr habt gerade gesehen, wie viele Charakteren ich erstellt habe, weil ich diese Maps nicht schaffe. Ich brauche die goldenen Supersneaker. Wenn ich die nicht bekomme, hat mein Leben keinen Sinn. Und wenn es keinen Sinn hat, dann hat es keinen Sinn. Ich werde meine goldenen Supersneaker bekommen. Egal, wer was sagt und wer mich aufhalten wird. Niemand wird mich aufhalten. Abonnieren kostenlos, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Bei 1000 Lacks in der Sunde lade ich so schnell wie möglich das nächste Video hoch. Die ganze Charaktere, die ich hier erstellt habe, für sowas hier sogar. Und das ist nicht mal gut. Und gar nichts hat davon funktioniert. Ich habe aber keine Ahnung. Wieso? Außer das hier. Das ging eigentlich. Komm, lass uns nochmal probieren, Leute. Diese gestrichelte Map hier. Das ist das Problem, was ich habe. Denn da ist der Boden halt, naja, nicht gleich. Und wir brauchen halt Charaktere, die sich im besten Fall dauerhaft bewegen können. Die dazulernen. Aber wenn der einfach nur... Das meine ich. Sie bleiben einfach nur liegen, okay? Weil es so eine ungerade Ebene ist. Ich meine, da gibt es so viele Lücken. Guck mal, das meine ich. Jetzt hört es auf, sich zu bewegen. Das ist so lächerlich. Leute, ich habe keine Lust mehr auf mein Leben. Im letzten Video. Ich wollte das eigentlich gar nicht mehr hochladen, das Spiel. Das Einzige, was ich mache, kann ich jetzt ein paar Sachen verändern und gucken, ob es funktionieren wird. Es könnte sein, dass ich jetzt eine Stunde am Video bleibe. Ja, das könnte sehr wohl sein. Ich gebe denen diesem Ding einfach mal diese Beine. Wie gesagt, wir müssen jetzt probieren, okay? Wir sind verzweifelt. Hier muss irgendwas passieren langsam. Das ist die vorletzte Map und es kann nicht sein, dass die so schwer ist. Ich will doch nicht mehr als die goldenen Supersneaker. Ich brauche kein Geld. Ich will einfach nur die goldenen Supersneaker. Und wenn das Spiel das nicht versteht, dann können wir nicht befreundet sein. Lass mal sehen, was du machen wirst. Ich habe wahrscheinlich keinen Spitzarm für dich, ne? Und du... Gott. Ich habe manchmal keinen Kommentar mehr. Komm schon, Bruder. Beweg dich einfach, okay? Seht ihr, er bleibt immer mit seinem Fuß da stecken. Das ist einfach das Lächerlichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich meine, er kommt früher, später wahrscheinlich weiter, okay? Ich könnte ihm jetzt eine Chance lassen und die ganze Zeit so ein ganz normal weitermachen. Das Ding ist, obwohl der eine kam auch weiter, das Ding ist, er muss lernen, dass da Lücken sind. Und das zu lernen, das dauert vielleicht eine Zeit lang. Oh, wow. Er kam wenigstens weiter, Leute. Ich will ihn... Ich will noch nicht aufgeben, okay? Bis Tag 10. Warte ich noch. Ja, leider kommt er dann nicht so ganz da weiter. Aber er macht Fortschritte. Er bewegt sich immerhin weiter. Und du machst so den Eindruck, als würde er wirklich da... Wow, er kommt weiter. Als würde er wirklich daraus kommen wollen. Ich meine, ihr seht, er bewegt sich weiterhin. Aber er macht halt wenig Fortschritte, leider. 7,9 Zentimeter ist nicht die Welt. Das kann ich aus der Fahrung sagen. Komm schon. Mann, was tust du da? Ich bitte dich. Wieso hast du so Probleme? Was ist dein beschissenes Problem? Hmm, das funktioniert leider auch nicht so ganz, leider. Ja, ich weiß nicht genau, was er macht. Aber er geht ins Minus sogar. Ey, das ist so erbärmlich, Mann. Das ist so erbärmlich. Diese Map, ey. Diese Map. What the frick? Curve, bloß. Ich habe eine Idee, Leute. Ich weiß, woran das liegt. Ich glaube, es könnte daran liegen, dass ich alles immer hier übertreibe. Ich glaube, damit rumzuspielen ist gut. Aber nicht so viel. Ich glaube, so ein bisschen damit rumzuspielen ist besser. Was ich meine, so ein bisschen, so leicht Sachen verändern, aber nicht zu viel. Irgendwann wird es klappen, oder? Es kann ja für immer nicht klappen. Oder vielleicht doch das Ganze sehr wohl. Ich mache es mal ein bisschen länger auf jeden Fall. Lass mal sehen. Ja, man soll ihm helfen, da rauszukommen aus den Lücken. Ich glaube, das ist vielleicht nicht. Ja, okay, es ist schwer. Der Typ ist schon 16 und kann nicht mal vernünftig gehen. So, diese Dinger sind auf jeden Fall schlimmer als Menschen. Ich meine, wenn das Aliens sein sollen, dann hätte ich mehr von Aliens erwartet. Und es gibt Aliens. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber bitte nicht sowas. Ich glaube, diese ganzen Beine verwirren ihn mehr. So, dieser Charakter hat so ein schweres Leben. Der ist einfach so beschissen. So, je mehr, desto schwerer wird es, habe ich das Gefühl für die. Weil die sich auf so viel fokussieren müssen. Lass mal mit dem hier probieren. Tja, er hat leider auch struggles. Wie gesagt, die bleiben immer in den Lücken. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen tun soll. Ich glaube, ich finde auch eine ganz andere Taktik. Vielleicht eine Schlange oder sowas. Aber irgendwas anderes, was weniger Beine hat. Ich glaube, so wird es leider nichts. Oder etwas, was sich gar nicht durch die Beine bewegt. Aber ich weiß leider nicht, wie ich sowas machen kann. Aber ich bin so wütend innerlich. Das glaubt ihr gar nicht, Leute. Tja, es hat auch nicht funktioniert. Ich habe ihn einfach ganz lang gemacht. Toll. Alle versuchen da irgendwie rauszukommen. Aber keiner schafft es. Alles klar, dann mache ich es halt eben noch länger. Ich kann nicht gerne länger machen. Das ist mir egal. Ich kriege das hin. Jetzt haben wir eine Schlange. Lass mal sehen. Kann die Schlange sich bewegen? Weiß sie, was sie da tut? Nicht wirklich. Ich meine, sie springt jetzt ein bisschen mehr. Also sie lernt vielleicht dazu so ein bisschen. Hey, wie komme ich weiter und wie nicht? Ich weiß, ich habe nicht allzu lange dafür gebraucht. Aber ich glaube, ich gebe es mit ihr auf. Ja. Ich bin so sauer. Oh Gott, mach doch irgendwas. Irgendwas. Dieses Level, ich komme nicht mehr an. Ernst. Keine Sorge, Leute. Ich habe noch nicht alles probiert. Nur fast alles. Oh, wir können diese Füße ja auch nehmen hier. Okay, das ist sehr interessant. Allerdings bewegen die sich wahrscheinlich dann nicht, oder? Oder haben die nur eine andere Farbe? Ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist leider zwischen denen und den anderen Füßen. Ach so, die gehen in die andere Richtung. Oh, das ist der Unterschied. Jetzt verstehe ich. Und was genau soll das bringen, bitte? Oh, er könnte rückwärts. Ah, ich verstehe sogar. Okay, das ist interessant. Er könnte dann rückwärts springen. Also erstmal rückwärts alles machen. Ich frage mich, ob das klappen könnte. Nee, das er macht rückwärts Saldos, was sehr interessant ist. Dann passiert das aber meinetwegen. Meine Güte, meine ich. Dieselbe Taktik könnte mit dem Charakter hier richtig gut klappen. Sodass wir ja seine Füße jetzt wegnehmen erstmal. Aber das könnte richtig gut klappen mit dem Charakter hier. Genau, so sieht er aus. Lass mal sehen, ob wenigstens einer der Figuren irgendwie, ja, weiß ungefähr, was sie tun. Ja, die bewegen sich alle unterschiedlich. Das ist ein gutes Zeichen, Leute. Wenn sich alle unterschiedlich bewegen. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, was passieren kann. Ja, ja, das ist schon geil. Ja, das gefällt mir, Alter. Ja, er macht auf jeden Fall irgendwas, was ich meine. Er macht irgendwas. Er ist... Alter! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott, bitte! Oh mein Gott! Er kommt davon... Oh mein Gott! Ich lasse ihn mir so lange, wie er braucht. Ja, das meinte ich. Diese Füße sind super gut, wenn es darum geht, dass er einfach sich abstützen kann, da rauskommen kann. Weil er einfach die Füße in die andere Richtung zeigt. Was sehr interessant ist auf jeden Fall. Obwohl ich die Füße hier in dem Spiel nicht ganz verstehe. Ich könnte natürlich sogar die Beine wegnehmen. Einfach nur die Füße da lassen. Weil die Füße, die haben halt echt gestörte Probleme. Lass mal nur Füße nehmen. Ich habe eine gute... Also das ist sehr geil, Leute, dass ich es entdeckt habe. Ja, er bewegt sich, Alter. Ja, ja, ja. Ich frage, wieso er manchmal aufhört, sich dann zu bewegen. Ich meine, was genau ist der Punkt, wieso er aufhört, sich zu bewegen? Ist es, weil er... Ne, er bewegt sich weiterhin, aber... Zum Beispiel, ja, jetzt hört er sich auf, sich auf zu bewegen. Mich würde interessieren, wieso. Also das ohne Beine hat nicht so gut funktioniert, leider. Ja, aber im ersten Versuch gleich 4,2 cm ist schon ganz gut. Ne, sogar weiter. Der eine hinter mir kommt weiter. Ich bin jetzt schon so lange dran. Und ich glaube nicht, wie schwer das ist. Oh Gott! Ich komme um, ey! Alter, das ist ein Scherz, Mann. Das kann doch nicht wahr sein! Auf einmal wird es so schwer! Was der auch immer da macht, sieht stylisch aus. Aber ich bin leider kurz davor, nicht aufzugeben, logischerweise. Ich werde das Video nicht hochladen, bevor ich es geschafft habe. Easy peasy. Auf meinen Ewigkeiten... Die Bewegung sieht aus wie Carpador. Alter! Ich teste gerade, ob es möglich ist, einen Stuhl so aufzuheben. What the frick? Man kann einen Stuhl so nicht aufheben, Leute. Was zum Teufel? Ich habe das gerade in einem Instagram-Video gesehen, weil ich verzweifelt bin und nichts anderes zu tun habe. Oh, das könnte mit dem sogar klappen. In ein paar Jahren. Alter, ist der weit gesprungen. Der hat quasi mit einem Sprung einen Rekord geschafft. Heilige Kacke! Ja, oh mein Gott. Leider dann erladet er immer so, was richtig scheiße ist. Obwohl, der eine macht jetzt nicht weiter. Oh mein Gott! Willst du das sein? Ja, springt alle! Yes! Einer muss es davon schaffen, Leute. Ist mir jetzt egal. Ich warte jetzt bis morgen, okay? Wir sehen uns dann, bis wir es geschafft haben. Alter! Wie weit fliehen die denn bitte? Oft bleiben sie ja trotzdem stuck, leider. Damn! Wie weit springt der bitte? Heilige Kacke! Oh mein Gott, ein Rekord. 21 Zentimeter. Damn! Das ist lang. Oh mein Gott, der hat eine 24 Zentimeter geschafft. Das Ding ist, dass ich leider ziehe den hier gar nicht. Ich sehe aber eine Hand im Mittagrund. Was vielleicht bedeutet, sowas wie, hey, gibt einem Charakter sehr viel Stärke. Übrigens, ich sitze hier schon sehr, sehr lange dran. Ich verstehe aber nicht, wieso die immer am Anfang springen. So am Anfang immer. Merkwürdig. Wow, 26 Zentimeter hat der eine geschafft. Aber immer noch keine Ziellinie zu sehen. Hä? Wo ist denn die Ziellinie? Wow, der eine 28 Zentimeter, 29 Meter, 30 Zentimeter. Oh mein Gott. 35, hä? Und die Ziellinie? Wo ist die Ziellinie in der unteren Balken? Ah, da ist die Ziellinie. Oh mein Gott. Haben wir sie erreicht? Nee, ne? Nee, noch nicht, leider. Wir kommen sehr weit. Die Ziellinie ist aber sehr weit weg, 40. Bei 40 Metern. Ja gut, aber wenn wir es bis dahin geschafft haben, werden wir es auch schaffen, Leute. Hundertprozentig. Ich werde das Video nicht hochladen, bevor wir es schaffen, wie gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir kamen noch näher. Wir kamen noch näher, Leute. Das war nicht schlecht. Der eine blaue könnte es vielleicht schaffen. Yeah! Oh mein Gott. Danke. Wir haben es geschafft, Leute. Boah. Hat mich das angepisst. Was ist das hier? Ich will kurz sehen, was es ist. Ich bin zu aufgeregt, Leute. Ich muss wissen, was das ist. Nehmen wir ehrlich. Was ist das für eine Map? Oh no. Das ist ja mal todesdämlich. Ach du Kacke. Hier. Oh mein Gott. Alles Mögliche ist das. Hä? Das ist ja noch viel schwerer. Wow. Alter, wie hoch wir springen aber. Na gut, Leute. Das letzte Level wird sehr schwer sein. Also ich weiß nicht, wie wir das machen werden. Wenn ihr noch eine Folge dazu sehen wollt, lasst ihn doch oben da unten. Solltest du kostenabonnieren, um keine Videos mehr dazu zu passen. Falls du es getan hast, sagt die Videoklose da unten. Da wirst du für mich danach richtigen, sobald ich das Video hochlade und du gehörst zu locken. Hi, wir vloggen. Check mein Merch und mein Instagram in der Beschreibung aus. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye-bye. Danke für das für eine Schau des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für das für eine Schau und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.